Hallo! Dieses Insekt kennt jeder. Das ist eine Honigbiene. Sie ist für die Herstellung von leckerem Honig zuständig. Und ganz nebenbei bestäubt sie viele unserer Pflanzen, zum Beispiel unsere Obstbäume, sodass diese Früchte tragen. Aber weißt du auch, wie eine Honigbiene aufgebaut ist? Weißt du, dass sie über ein Röhrenherz und ein offenes Blutkreislaufsystem verfügt? Weißt du, wozu der Pollenkamm dient und was in den Körbchen transportiert wird? In diesem Video zeigen wir dir den Bauplan einer Honigbiene ganz genau. Ein Bienenvolk besteht hauptsächlich aus Arbeitsbienen. Außerdem gibt es ein paar wenige Drohnen und eine Königin. Die Königin ist am größten, die Arbeitsbienen sind am kleinsten. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com So So Untertitelung des ZDF, 2020